Klipp und Klamm! Klipp und Klamm! Klipp und Klamm! Meine Grenzen sind eigentlich, dass ich nicht jemandem etwas kaufe, nur dass ich bei ihm beliebt bin. Und auch nicht immer das Gleiche nachlegen und alles das Gleiche will wie der. Einmal bin ich zu weit gegangen, habe wirklich gemerkt, dass ich zu weit gegangen bin. Andere haben Graffiti gesprayt. Und ich musste wach stehen und habe mich darauf eingelassen und meinte, es könne gar nichts passieren. Nachher kam mir aber das Gefühl, es könnte jetzt gerade jemand vorbeikommen. Und da habe ich gedacht, wenn ich das jetzt verheimliche und es kommt jemand, bin ich mehr schuldig, anstatt wenn ich es meinen Eltern zu Hause gehe und sage. Und mir stoppt es sicher dort, wenn man anderen Sachen einkaufen muss. Und so Züge, äh, Zappo anlegen, ähm, Kleider umstellen. Und anderen einfach Sachen kaufen, eben. Glyphful Club! Glyphful Club! Glyphful Club! Glyphful Club!